servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen live stream und nachher kommt noch meine schwester dazu und wenn es heute funktioniert wenn wir heute endlich auch mal mehr leute sind können wir auch wenn es funktioniert entweder heitens sieg oder pop hand spielt und dann können wir so spiel heute jetzt noch ein bisschen normal weiter aber sonst würden wir dann heute kreativ spielen und eva kannst du heute mit mir zusammenspiel oder spielst du gerade nicht okay hallo hallo ja ich spreche deutsch ich spreche auch deutsch bist du sehr gut oh sorry ich sag sie sind zwei hast du auch sieben zwei skin oder so ne darf ich dir eine Anfrage schicken ja kannst du machen Dino darfst du mir eine Anfrage schicken ähm ich hab den kennengelernt nur für jetzt ne mach ich mal nicht ok hey warum nicht ja mein Freund möchte ich das nicht mein Account kannst du was sagen wie dein Account ist ähm warte also auf spiel auf PS ich spiel auf Playstation nein achso da hinter mir war einer oh crazy also mein bestes Name ist ähm babywig untersteckt Kongwix ok ok warum will denn ein Freund jetzt dass ich das eben ja dass ich äh dass du mir eine Anfrage schickst weil das ja nicht mein Account ist und ich wäre ich bestimme halt nicht wie mein Account der das wäre ja das ist schon klar aber wie heißt der wie alt bist du ich 14 in deinem Alter Lino in deinem Alter Lino das sind Gegner on me warte die sind beide über mir aah aah um Pusche mit einer Treppe Wird anrufen, Digga Digga Warte, ich schicke dir die Anfrage Nino, darf ich die Anfrage dann nur für jetzt annehmen oder lieber nicht? Okay Vielleicht ändert sich das deine Meinung irgendwann wieder, wenn ich YouTuber bin Dann tschau Tschüss Eva, wenn du jetzt noch da bist, dann schreib mal in den Chat rein Eva, schreib mal in den Chat rein, ob du noch da bist Ja Ja Meine Schwester sitzt auch da Hi Eva spielt sogar creative Das wird schon wieder, wenn ich das nervt Das wird schon wieder, wenn ich das nervt Ja Hast du noch keine Anfrage schickt und wer ist dann das Zombie? Okay, egal Nein Nein, dich lehnen wir ab Dann spielen wir noch ein bisschen durch Ich zeige dir erstmal den Job Wer es noch nicht weiß Wer es noch nicht weiß Hier ist Schlagsägel und Partyprügler Hier sind die Fisch Skins, die Militärfische Dann auch die Militärfisch Tarnung Ja Ja Hier sind Der Überschall Skin Der wir jetzt nicht wirklich gefährden, weil anderen keine Gesichter haben Dann auch die Verstohlene ist schwarz Und sicher Den finde ich am besten von dem Und Berti Und Auch die da hier Es ist egal Es ist egal Welcher Skin Den Skin finde ich am geilsten mit der Schleife Und am Wasser gebaut Geraut Gebaut Mal schauen ob ich die mir noch kauf Oder nicht Mal schauen Aber dann spiel jetzt einfach mal weiter Teams mit auffüllen Und wer nachher mitspielen möchte Oder mir eine Anfrage schickt Nehme ich gleich an Und dann können wir Kreativ Modus Oder Prop Hunt Modus Oder halt den Sieg spielen Die Leute die halt mitmachen wollen Ja das macht nur 30 Das sind nur 30 Das ist der Wetter Und ich mache in jeder Runde Also ab jetzt jeder Runde Mache ich immer noch ein Video dazu Das falsch Falls mal ein epischer Sieg Damit reinkommt Das ich dir noch dann gleich Als Video rausbringen kann Das ist der Wetter 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 Ich habe ja schon zu weit gemacht können m m auch zu kommen auf dem Fall ist ja alles schon gut alles schon tot perfekt coole Runde alles im grünen Bereich ich werde ich noch im Leben und die Klinik war bei den Toten ich habe jetzt nur ein Problem ich muss schnell meinen Piggy trinken ich bin gerade nur so vorsichtig ein kleines Bokker sofort hin zu sterben ich habe genug Material ich bin gerade nur so vorsichtig perfekt das sind ja die besten Spieler EU-Western dabei soll ich Raketen von dem Lover oder oder alles ige Herr initial Kulig Kulig Ich weiß nur, dass von hier gleich ein Gegner kommt. Nein, weil er da hinten ist, hinter dem. Oh, hier war kein Hit. Hittet. Also, ein Hit hätte es jetzt auch nicht sein sollen. 4-Kildstarter. Ist doch schon was. Da bin ich mal eingespielt. Perfekt bin schon so unterwegs. Soll ich gegen Teams. Muss man halt. Unbedingt. Wie mir alles zu tun. Nur weil die Schwarzer Ritter. Ja. Ich wäre schon längst tot. Schon mal erst. Ich bin nicht blind. Du Drift-Skin. Ich hoffe. Hey, Kist noch da. Ach, nee. Ach, egal. Wo ich mir die Gegner drunter mache. Uff. Ich habe auch schon wieder. Ich habe einen Terminale gemacht. Ich habe einen Terminale bekommen. Ich habe einen Terminale keineser an. Eine Krise. Ich habe einen Terminale erf cantidad, Ich habe einen Terminale, Nein. Egal. Egal. Egal, Evar. Evar Evar. Hey, ich bin ein Plager, da hätte ich dich vielleicht abgeholt. Nein. Das bleibt so, dein Lieb. Hast du verstanden? So was mag ich noch nicht. Das ist ein Ratschmaß. Wir werden können einladen. Eigentlich nicht. Aber ist doch gut für dich, wenn du den Season 3 Tanz hast, obwohl du erst den Season 4 angefangen hast. Finde ich aber jetzt auch nicht wirklich so schlimm. Heike da. Ah. Ja. Am Secret? Nee, du musst wenden. Oder Teams. War nicht. Keine Lust. Ich bin nicht ein Spiel. Vielleicht auch nicht. Danke. Okay. Auch gutes neues, gutes Gespräch. Ist David jetzt online? Oder was? Ich hoffe, ob er mich einlädt. Ja. Dann zählt die Eva wieder weiter. Na gut. BUG ja ich bin nicht nur ich bin kein heute ist heute nicht das Samstagstern hier das war ich ach komm wir können jetzt einfach mal den Tanz passt jetzt haben wir auch Wasser gebaut dann spielen wir weiter random teams mal schauen wenn wir noch ein paar deutsche finden du kannst doch gerne wieder runter gehen wenn du nichts zu sagen hast das können wir nicht machen wenn ich alleine reden kann ist echt meine Schuld äh jo kennst du die anderen siehst du nicht nur engländer hier ne das sind meistens dann irgendwie die Arabe das der Rudi hat es landen was überwältig ist ja warum leuchtet das wird es zulässlich ist es wegen einem live-event alles hey wir alle den gleichen Skin haben wie alt bist du Ich schwitze! Alles klar! Wo schmilzt du? Achso! Mein Beileid! Warum? GT ist viel besser! Es ist egal! Wann hast du die Playstation gekauft? Du hast wahrscheinlich PS4 gekauft! Ja! Wann hast du die gekauft? Vor zwei Jahren, glaub ich Hat die noch 450 gekostet? Oder wie viel war das? Also als sie rausgekommen ist? Ja Ja Da hat die 450 gekostet Wie viel war das? Irgendwas so um den Dreh rum Hältest du dir auch wenn du ein bisschen Geld gesparst Hältest du ja direkt für die PS4 ausdrucken Hältest du dir Monate, Monate später PC umkönnen Hältest du dann die 3-fache Anzahl der FPS kraft Fünfmal so gute Grafik Ja und zimmer längeren Spielspaß Das ist mir egal Weil wir haben das nämlich von jemand anderem bekommen und da war es billiger Anstatt 400 Euro haben wir 200 Euro bezahlt Ja ok dann ist es ok Aber trotzdem hab ich hier Sobald du kannst mit PC kaufen PC ist immer besser Ich weiß aber auch teurer Ja aber wie gesagt Meiner nach lohnt sich einfach mehr Ja Alina Sakobi Warum? Hat nicht geklappt Ja Bei mir ist ein Gehklapp vor der Tür Doch der Basketballer aber warum? Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Ja ich lebe noch Hab ich grad schon dreimal gesagt Und ist aber gleich tot Ich helfe dir gleich wieder Seist da gleich wieder So Haben wir schon mal zusammen gespielt? Auf geht's rein Alles klar Ah er freuert mich Und die haben auf den G Andere Gegner Die sind fucking zwei Squads Was geht da ab? Tja Das ist so kaum Hahaha Immer kaum Cool Wollen wir noch ne Runde spielen Cool Cool Ah Ah Dann lad ich euch ein oder lad ihr mich ein? Ja Gucken wir mal Auf geht's Eva fang dir mal an bitte was anderem zu zählen Die Toten werden lang Die Toten werden lang Von langweilig Wie hörst du mit Werden Werden Wir fangen mal mit gern zu zählen Die Toten sind komisch Dann fang an mit Toilettenpapier Ja die sind nicht komisch die sind süß Und wir machen noch die 500 voll und dann fangen an mit Toilettenpapier Und wir machen noch die 500 voll und dann fangen an mit Toilettenpapier Noch eine Zählen wir mit Toilettenpapier Wenigstens irgendwas Das war lustig. Ach, hi, Marc. Marc, hallo. Hallo? Hi. Wer warst du noch mal? Ich. Ich hieß vorher Hermann2352. Okay. Warte. 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 Okay. So. So, ich schüttel mich aus. Also, Evoli ist gerade nicht online. Ist er schon. Ähm. Wir haben gerade gespielt, aber ich habe mich, wieso er auf einmal aufgelegt hat. Hat er mich... blockiert oder hat er mich gelöscht als Freund? Das weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Weil ich sehe nicht nur unter Freunde. Ich habe eine andere Account auch. Oh. Wollen wir in einem Team spielen oder du? Mit mir egal, was du möchtest. Aber weil ich eingespielt bin, ne? Ja, ich bin du. Ja, ich bin doof und red die Welt. Egal, ich hab mich auch im Spiel einspielen. Oh, jetzt rufen mir einen Freund, holo an oder? Ja? warte mal, kannst du abbrechen noch, kannst du abbrechen noch? ja, kann ich ja, Paulus, kannst du einfach auch fliegen? ich hab gesagt, wo soll ich da stehen? hast du gar nicht? nein, du kannst einfach auch fliegen was? ja, dich auch nicht ich hab dir ja angerufen ich bin aber beim Wettbeeroyal jetzt, ne? äh, ja aber ich bin grad bei jemandem hier drin, ist eng er kann auch einfach reinkommen ja er kommt da gerade warte rausgeschmissen ich hab dich nicht rausgeschmissen na, da, 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 da ja, da, da, da er ist ryan oder ja hab ich gut dann können wir doch eigentlich alle zu dritt der leute spielen nee weil ich kann ein live stream aufnehmen und ich kann ein ldwe jetzt dabei spiel ja hallo du weißt ja wenn ich auch ein live stream hat eine frisse was denn so ein live stream passt gar nicht ja ich mach... hä? das sieht aber wenn ich sterbe was? ach so ja die kennen dich dann die werden dich dann besser kennenlernen ja mein Auge ey ich fühle aus dem rechten Auge wie ich bin wahrscheinlich ich weiß gar nicht das ist der Recon-Nexpert ja wo ist der Recon-Nexpert? oh mashallah ja ist aber gar nicht selten was? Nö Nö oh ja der Recon-Schmeckt nö auf Roller und wie viele sind bei dir drinnen im live stream? warte nicht viele keine Leon gegen Spike Korn ok guter Antwort und let's go alle Aura du schnitt so langsam ja nicht so langsam naja Considering es war äh doch weg und ich will so gerne bei der RCB spielen ich nicht also mäßiger ich will kommen bei 800 V-Bucks in drei Tagen was ist passiert? das knackst du mal zu gerade die haben gar nicht geredet die haben nicht geredet bei ARDW zum Schluss als wir noch hier drin waren ich hab dich gar nicht gehört hast du mich gehört? nein ok mit meiner Schwester let's go, ride the party ich weiß sie nicht drauf zu reden obwohl ich denke, dass sie beim Leistung dabei sein kann schau, ob der reden kann hallo hallo ok, kann ich reden äh, ich lege Shark dann viel Spaß, den Shark dankeschön wo landest du? bei Francie kannst du das Shark essen? Francie, auch viel Spaß, Francie ja, viel Spaß beim Arscher will, Alter wenn er Crab hat, ist er ganz schön schnell bei uns werden wir dann schon sehen, wo die Zone ist auf jeden Fall wird die Zone hier sein ich werde ich mitkommen, aber hier ich werde eh sterben, Alter, das sag ich ich würde gerne mitkommen, aber jetzt bin ich hier was ist jetzt? ja ja, jetzt mal noch, ich zu euch fliegen ne, ich verarsch hey, Freezyfire, äh, kannst du jemanden namens Apolle Evoli oder Evoli streamen? was? ok, gut ja, ich kenn den kennst du jemanden namens Evoli streamen? ja, das bist du ja? ja, das bist du weil er es mir gesagt hat was? ein kleiner Fallzeug schhh schhh ja, was ist das also, ey so, ich werde das eh easy überlegen, Papa dann längstes Gegner ja, moin, Alter ja, ich weiß oder ich bleib hier am Stein hängen, Alter, das ist traurig schhh ist du? was habt ihr alle für Probleme? ja, ich hab ein Problem mit seiner Schimme, ey wie laut der Typ ist ey, kann man ey, ich glaube, wir fliegen ah, oh mein Gott, schau ich kann sich schnell mal eine Karte holen jesus ja was für ein Trecht, wie arme oh, wie fieses oh, muss ich die einfach fletzer nehmen? ja, moin bin sie am Arsch, ne? oh, ich bin zu dead ich war nicht zu tot er auch das kommt davor, wenn ich eingespielt ist ja, das würde mich so, ich bin eh tot also so viel je los Ninja, los vielleicht ist der Ninja die beste Spieler der Welt Leute, der Typ kann wahrscheinlich hier alles nicht spray Kanade ok, der Typ kommt nicht nicht was, ey hihihi das hat der Mademasi gegeben als ich, ey der hat mehr Schaden damage wo, das stimmt wo, das stimmt ok, so viel gebrochen, ey ah jeet sehr lange, ne nerven nur so ein aber sie haben eh den Vorbildpass gemacht was wollen sie denn? jeet jeet was ich hab so wenig Ghosts tot und ich werde mich noch weiter vergiftet na toll das ist geil, dass einfach jeder im Stream kann einfach mein Geld haben ey, das ist ja, hört ihn einfach das ist so geil naja das ist am geilsten ist er auf YouTube oder oder auf, äh warte, hat er jetzt mal er hat jetzt auch mal eine Karte eingesammelt das heißt, du kannst mich holen ja ja, ja ich weiß ich, ich auch erstmal ist geil, ok das einzige was ich brauche ist erstmal ist geil ok, ich hab wenigstens die Scar die Scar ist eins über dir hallo achso, und deine Karte brauche ich eigentlich auch aber, ja was geil meine Karte, die hat abgeschworen ской hätte ich mich mit Sniper sky ein Headshot geben können Stopp, stopp, stopp Jaaaaaaah Got it Geh, okay Super, okay Oh, ja Oh, nee Hab's doch gesagt Ich hör mal vor, ich sterbe jetzt auf einmal von Handlanger Let's go, oder Fallschaden Ähm Oh, nee, ja, stimmt Oh, nee Oh, nee Ah Nein Dankeschön Pass auf, links ist auch, ne Alles gut Ich überlebe, ist kapper Oh Nein Oh Oh Mann, ich werde so voll gespann Kannst du mir ne Waffe mitnehmen, ne Sniper? Ja, was für ne Waffe willst du sein? Such dich mal wieder aus Sniper Okay Oh 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 Ich, ich nehm die Scar, ich nehm die Scar Okay So, dann weiß ich halt eigentlich nicht, was ich mitnehmen soll So, zwei Scars Passt Der Looper Minis, Minis mitnehmen, Minis, Minis Oh, Bigi noch ganz schnell Wo Wir legen auf Minis Du kannst ihn auch schnell in das Shark holen Du kannst ihn auch schnell in den Shark holen Ja, okay Nee, 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 nee Doch, das wird, das wird, doch Doch, 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 doch Doch, doch, doch Vonosolatmastig, okay Ja Oh, Bruder Wollt ihr auf eine unsichtbare Wand schießen? Das ist nochmal Minis. Links. Wo? Ne, ist doch eine Pistol. Ja. Ich kann Pistol und Minis nicht unterscheiden. Perfekt. Wie findet ihr eigentlich meine Kombi-Munden? Also, ich finde die echt heftig. Ja, jetzt wollte ich nur unter den Pump kommen. Warte. Hier kriegst alle Hälfte. Hey, warte. Kann ich doch die mythische Scar haben? Ja, dann kriegst du die. Ja, dann gib mir die, ja. Ey, warte. Nimm mir auch schnell Minis. Ist da eine Take drin? Ja, grüne. Unser Gefallenwasser. Kann er ruhig mitnehmen. Perfekt. Ich hab ihn eigentlich schon alle. Ah, perfekt, ja. Ja, hier mag nicht wundern. Ich kann gar nicht Grappeln. Also, huch. Was kannst du nicht? Er kann nicht Grappeln. Grappeln. Huh? Alter, wie hört denn aus? Eine war grad One-Shot. Ja. Du hast mir vergessen, ein paar Attack-Bundi zu geben. Hey, ich war das Kisse. Ach! Mach mal was. 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 Mach mal wie die. Wieso brauche ich ihn denn eigentlich? Ey, dass du dich noch einen Wind holen kannst? Hey, der da eine Winde. Geh knapp. Hey, was da eine Winde. Hey, wo? Ey, wo? Da ist gleich gerade geschwommen. und das war nicht du. Das war ein Handlanger. Achso. Das klärt alles. Nicht. Ich spring schon von alleine. Nicht. Ich geh mal weiter in die Zone rein. Mach das. Nee. Ja. Weil ich bin ja nicht so schnell wie du. Nein. Ich weiß nicht so. Bläh. Ich bin ja nicht so schnell. Ich bin ja nicht so schnell. hast du jetzt mich oder nein er meinte mich alles wie es oder normale gegner als die gegner die mich gekillt hatten hatten nur glück war ich ja es gibt ja manchen mal hier du hast du kannst ja halt ob ich es nehmen oder normale ich habe euch ausmacht als ob die tue direkt bei uns ist ich hab's euch gesagt also ich hab genügend materialien eigentlich feiere ich den auras gehen gar nicht aber irgendwann warum hast du eigentlich nicht im schiff zu gehen weiter gespielt ist viel besser ja ich weiß ich feiere den das ist meine absoluter meine auch links auf der straße links warte doch auf mich da können links rechts links ich sehe den ich sehe ihn kann es nur war auch die haben bestimmt heavy hat mir nicht gegeben ach du haben die kann die wollen mich verpushen die träffung auf jeden hit nein ich bin ja team aber sofort warum wir sind ja und und ich bin nicht eingespielt ich habe vorhin schon ein squad auseinandergelegt gut also ich mecker mich nicht an wenn du jetzt bestest okay ich habe auch kein grappler die hätten mich eher eingeholt weil die bouncepads hatten ja und die bouncepads die gibt es doch gar nicht luftkissen und weil ich stolz stolz äh stolz stolz das servants was für schlechtes pumpdruck das war nur 60 30er und hier noch die blaue tag mit rechts gegner rechts spielteile auf switch vergiss nicht den anderen gehen in die zone hier ist noch einer Was? Nebenan, really? Ich hab gesagt, Kinder, dir ist noch einer. Hä, wie schnell wurdest du gefördert? Habe ich dich einen genockt? Ja. Habt ihr Lust auf Brobhunt? Oder Hide and Seek? Nein! Äh, keine Ahnung. Wenn dann mit ganz vielen Leuten... Dann nennen wir dann nur Deathrun. Sonst nicht. Deathrun können wir auch spielen. Okay, let's go. Level 100, Alter. Level 500 hat Deathrun. Alles klar! Okay. Oder keine Lust. Doch, 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 doch. Alles klar, mach doch einfach. Woll den Bauern Deathrun. Den Bauern Deathrun? Das klingt komisch, ne. Den Bauern Deathrun. Da. Ich mach schon einen Deathrun. Alles gut. Gut. Wenn wir alle zusammenhalten, klappt das schon. Gut. Da. Du kannst, ja. Da. Ja, ich... Fynn. Ich kann nicht. trottieren und ich dann komplett ausröste entweder in der lobby aber doch nicht in der runde alter in der runde lege ich entweder mein handy auf markt und ich hab nur einen so wir machen dann leider nicht rein nicht rein nicht direkt müssen so eine umkreisung Wir machen so einen Rufsinn auf. Wir müssen es beschwören. Und dann rein. Es ist komplett lost. Komm, komm. Okay, dieses Mal reicht es. Das geht! Das geht! Das geht! I'm not gonna cry. Es ist gar nicht da. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn, oh nein. Wie geht's denn? Oh nein. Kenne denn der Frag. Alles gut. als ich überhaupt immer Digga ich hab schon ein Stammbildschirm, let's go! Ja, weil ihr Lack war voll rum, ja Ah, der Typ ist schon mal erster, weil er die Map kennt, ja alles gut Kann ich verstehen, wirklich Oh mein Gott! Oh bruh Ah ja! Ah Gut, äh Wieso springst du, du kannst auch normal laufen Ja, kann mal was ich möchte Ah! Oh, echt? Egal Alter Das war ohne Block hier, war das schon mies Ja, du hast das doch gemacht Hä, was ist daran so schwer, Marc? Erklär mir mal Was ist das? Ich bin hier hinten, äh vorne Hä, ich bin hier hinten und ist vor mir, aha Ja Einmal halt schon Alter, wie klein sind die Dinger hier? Alter, das ist doch ganz easy, Alter Wenn man gute Augen hat, dann weiß man noch Bescheid Oh fuck! Jaaa, wir haben gute Augen, ne? Äh, okay Wenn man gute Augen hat, ne? Ja, guck mal, guck mal, guck mal Ich zeig dir, wie der Profi jetzt macht Zeig dir, siehst du? Gute Augen haben, ey Komm, guck mal, guck mal Boah! Profi! Ich bin jedes Mal daneben Boah Ist das belastend? Hm? Oh, wow Ah! Die Dinger sind so klein, ich bin viel zu fett, ne? Ja Jawohl Schafft es Oh, wow Genau hier So, jetzt bin ich erst, ey Der Dinger ist in der Reihe Genau, um das Baumfläche Gerutscht Alter, röck'n ab Mark? Ja? Rate mal, wenn der will, keine Ahnung, weiß nicht was ist Und gerade verkackt hast Haha, alle haben verkackt Oh Oh Wow Bro Sag mal, streamst du immer noch? Oder? Wer ich? Ja Ja Ich stream immer noch Ja, ich stream immer noch Ja, Mark, du Ja, wahrscheinlich Herr streamst du Also, wenn jemand noch hier ist, dann bist du es, Mark Mark streamst du auch Hey, ganz mal, ganz ehrlich, wer... Wieso sollte ich denn mit der schon streamen? Stream Genau, stream 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 Oh, Mann, ey Oh, Mauer, Alter Ich bin jetzt am Kacke, ey Das kannst du doch sagen, also, ich meine... Oh, Mann! Ah! Ihhhhh Alles klar Ah! Ah! Es war hinter mir, war ja noch ne Falle, Huh! Oh! nicht abrutschen bitte nicht abrutschen nicht abrutschen er hat er hatte an dem bürger und er hat gewertet nicht nur eigentlich in der zweiten oder so ganz in die jahr weiter vorne was passiert sobald hat sie fliegen oder probieren hallo probieren ich bin schon zehnmal gestorben ja auch springen, ne? oh guys, äh ach wo seid ihr denn? waaah Dankeschön ich liebe Fortnite Fortnite liebt dich, mein Sohn oh wow ah ah, ma oh ich zeig die Sendung ist hier eure Namen, aber ich weiß nicht wo ihr seid aaaaah verkackt nur noch ich weiß wie du so wenn ich mal nicht rausziehen äh weiter weiter schon ach komm meh alter genau an die Lücke rein du armer, du armer du bist mir leid we disconnected your channel ich schaff dich nicht aus dem Puls nicht es ist, ach ja wir schossen das nicht, es ist einfach du musst genau an der Kante den Puls hey Leute, mach siehst du mich? ich bin hier leer, guck mal, mach siehst du das? hehehe egal ja ah warte mal, was für'n Deathrun ist das? ein 500 L Default Deathrun ich freu'n mich ich freu'n mich ja, viel Spaß noch wenn wir haben ich hab' jetzt schon gar keine Lust mehr an hehehe hehehe oh wow alter oh wow Mark, 13 mal gestorben, huch hehehe sag nix vielleicht 13 mal gestorben, also huch ja 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 und und Dings, 22 mal hehehe Lass mich lieber mal hehehe sch ja ah, Hake, da springen wir nicht hä? hm? ja, das schließt doch voll unlogisch hehehe hey, wie, wie oh wow really? alter, ist das schlicht achst du was, wie wir da vorgekommen? also ich glaub das nicht also ich zeig's dir mal, schau ja, das probier schon die ganze Zeit ab, ich sterbe oder ich spring gerne neben ich werde sterben ich werde sterben komm, PLEASE NAAI ja, sicher ah, du bist auch zu, ich war gestorben, let's go Mark, nö nein stirb, nö ja, aber du bist gleich geklid ja na, gleich wirst du auch sterben nein ich hab keinen Bock, morgen komm, ich mach das sogar right-upon-mäßig ist das sprennig? ah, das oh ne ich die ganze Zeit daneben die ganze Zeit die ganze Zeit ok, dann der eine hat sich schon gar ke- ja, nein bist du geläftet? dann kannst du ja mitspielen ja wie sie ja ist alles ok ja bist du geläftet? ja ja mhm okay tschau bis jetzt zurück zur Lobby oder ja ich werde die Gruppe verlassen ja du wirst jetzt die Gruppe verlassen? ja ok wieso ja tschau jetz naaah wenn die Leute finden unser Robbunt können jetzt machen, dass du spielst aber bei die 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 bist du im party tivo hei hei timo Hi Timo Spiel dir deine Freundin gleich auch mit Oder willst du überhaupt spielen? Okay Die hat nie mal gewusst wer ich bin Ihr seid doch ein bisschen Freunde Aber wahrscheinlich wegen der Namensänderung Ja Egal Egal Wenn du Glück hast, finden wir auch noch Leute, damit wir DropHorn spielen Dann müssen ja noch 3 Leute sein, dass sich 3 Leute wegen uns verstecken können Aber wenn ich keine Leute finde, die DropHorn spielen wollen oder hide in seek, du kannst es nicht machen Und ich habe keinen Bock mit den ganzen Leuten zu spielen, die DropHorn spielen wollen, aber die Spiel nicht mal kennen Und die Maps von denen sind scheiße Die Gefängnis-Map ist geil Die Farmer-Map ist geil Und das Haus ist cool Das große Ja Die Villa Ja, die Villa Ja, die Villa, da haben die auch Stangen und so weiter Ja, ich weiß Aber da war hide in seek Aber das gibt es auch im DropHorn Hallo 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 Hallo, hallo Can you hear me? Ist egal Ist egal Lama Oha Das ist eine Waffe oder Materialien Das ist eine Waffe oder Materialien Das ist eine Waffe oder Materialien Oh, da geht trotzdem keiner hin Oh, da geht trotzdem keiner hin Oh, da geht Oh, da geht sie this Oh! sätt ransom Ich will die Heavy Sniper haben, deswegen pushe ich ihn jetzt auch gleich. Vielleicht pushe ich erstmal auch die anderen Gegner, die unseren Team-Mate in Wege schon haben. Ich will die. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich hasse die Leute, die Finishing. Ich glaube, warte jetzt, bis er nicht mehr laggt, ich will auf den Fußball-Skin, ach, er hat ihn jetzt auch noch geholt, ach, egal, den Typen will ich eh nicht zuschauen, ich schau mal, vielleicht holt er mich auch wieder, wenn er es schafft, ich weiß, wie ist, oder, wenn ich eingespielt und hätte mein Elm unter Kontrolle, hätte ich die Beine vielleicht geholt. Willkommen mit dem Leichtum-Auflehn gehen. Heute macht er Leichtum-Auflehn. Ich hätte gleich noch einen Nosecam-Account spielen sollen, wenn die Leute damit verarschen sollen. Hätte ich vielleicht mehr Bock gemacht. Wie heißt ihm heute mal auf meinem zweiten Account? Wenn wir hier nachher ein paar Leute finden, spielen wir auf Pro-Packmo, ist okay. Wir haben eh noch eine halbe Stunde. Du kannst ja schon die ganze Zeit reden, das machst du aber nicht. Ich bin nichts besser. Hallo? Hallo? Ja? Sprichst du Deutsch? Ja. Ja. Ah, cool. Werf. Ja, auch cool. Ich gehe in die Grotten, kannst du vergessen. Ja, ja, ja. Äh, äh, du weißt du, nein, wie du es endest. Ich höre viel, aber... Ja, mach das. Kennt ihr euch alle? Nee. Ich habe mir gedacht, ich will einfach mal Teams aufziehen. Wäre lustig gewesen, wenn ihr euch alle kennt. Und... Das ist mir einmal passiert. Ne, 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 ne. Das heißt, nur irgendwie, ne, 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 ne. Ich gehe jetzt hin, wenn ich mitbewege. Hallo? Hallo? Hallo. Und dann lasst dich hier. Ich ich update, du kannst nicht hin. Und dann... Okay. Ja. Oh, das ist ein bisschen... Hm? What? Oh, das ist ein bisschen mehr, okay? No, das ist ein bisschen mehr. Oh, das ist ein bisschen mehr. Ich dachte, jetzt... Ja, das ist seit zehn. Da war scheinlich... Alle gehen doch nicht. schulwärts zu wählen nicht nun und immer mehr und ich habe ihn Jürgen Städte hatte auch jetzt alle alle gelockt aber es kommt noch mehr da ich muss heute der dritte ist ihm wirklich müssen den zu schafften mehr angeblich ich hätte dann schon Kiel zu gewinnen okay Da wurde ich nicht möglich, bin ich gut. Traum. Einer. Hallo. Ja. ok ich glaube ich bin er hatte ein Typ ist davon geliebt er nach der Grotte wollte Ich brauch halt um mit dem Teal. Ich will die Teal kamen. Ich mag Pumka nicht, deswegen hab ich mir die Pumka lieber weggetan. Oder soll ich die Pumka spielen? Mir ist es egal, also für mich ist es halt Blutex um zu besser. Dann komm ich jetzt mit dem Helikopter. Okay. Heavy-Sniper hab ich auch dabei, passt. Ist der denn schon klar geworden, dass die Kapseln aufgekommen sind? Geht nach links. Und rechts von uns. Ja. Ich komm zu uns, äh komm zu dir. Ja, ich kann mich auch dabei. Ich hab mich auch dabei. Ja, ich hab mich auch dabei. Und wieder unten. Ja. Ich werde das beste in. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab mich verwickeln lassen. Ich hab den besten Loot. Äh, Loot. Ich will jetzt hier den Golden Square schnicken. Kann ich danach irgendwas von mir wieder haben? Ja. Ja. Oder nee, der hat mir eh eh schon mehr aufgeschockt. Nee, nee, nee. Warte. Warte. Dann willst du die Golden Square halten? Er holt dich schon wieder. Nee, alles gut, die kannst du wieder haben. Wir waren relativ schlecht. Ist der Typ hier jetzt von da oben schon weg, oder? Ja. Ja, glaub schon. Komm her. Nein, alles gut, ich nehm. Ich spiel lieber, ähm, AR. Okay. Hast du da ein bisschen von, alle Teile, nur nicht von, außer von MP? Ja, warte. Und Sniper. Hä? Danke. Da. Warte. �� hochgehen in einen tag durch live event das ist ja die bots die angezeigt werden oder mir auch sind auch noch unten Ich glaube... Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Schild Frick Sind die oben? Das war nicht mehr so gut, der Die kann ich nicht mehr so zielen Da! Nein, die sind nicht oben Abgehen Abgehen Aua Bei mir ist der Typ wie mit dem Drumgun gewesen Da hinten Hallo, hier ist drin Jaja Abhin? Ich habe Jumppad, alles gut Ich brauche die Rollen jetzt gar nicht Willst du die Tommy Gun? Ja, egal Also, wenn du mit der gut spielen kannst Ich spiele lieber Pumpkin, er und Heavy Ok Ich brauche die Goldene, ich gar nicht Weil ich die Shally nicht gut spielen kann Ist das ein Shally? Ja Können epischer werden, theoretisch Ja Wie viele Kills hast? Ich habe drei Ich habe neun Ja Habe ich mir schon gedacht Ah, der bin voll Holz Ich habe mir nicht die neun gedacht, aber ich dachte, du hast elf Aber der hat ja auch noch welche Ja Und er schießt schon gleich weiter Hätte ich nicht gemacht Hätte ich nicht gemacht Ich auch nicht hätte gewartet, bis die anderen gekommen Und vielleicht hier oben auf den Berg hochgegangen Im Solo hätte ich das auch nicht gemacht, wenn ich jetzt so in der gleichen Stelle wäre Weil, guck mal mein Leben an Um Und wenn ich Es geht Und wenn ich Aua! Ich hab ihn fast bekommen. Komm! Ja. So gut. Und du alles. Ich hoffe, der andere kann uns nicht klären. Nee, glaub ich nicht. Nee, nee, ich hab schon. Okay. Wir müssen jetzt holen. Wir müssen jetzt holen. Wir müssen jetzt holen. Hinten, da kennt noch einer. Ich weiß. In diesem, ganz hinten in der Ecke. Ja, wir werden verraten. Wir haben zwei. Was? Das ist geil und... Frag doch mal, ob sie das mit den Verstecknissen haben. Ach, egal. Ich lade ein paar ein. Dann Leute, ich bin jetzt bei dem Stream. Auch wenn jetzt keiner mehr da ist. Egal.